Morgen! Morgen! Die schöne Natur. Morgen! Guten Morgen! Morgen! Grüß dich! Na? Trisomie 21 ist ein Gendefekt, der in der ganz frühen Schwangerschaft, kurz nach dem Zeugungsakt auftritt. Menschen mit dem Down-Syndrom haben 47 Chromosomen in jeder Körperzelle, statt 46, wie wir angeblich normalen das so haben. Und das 47. Chromosom bei ihnen ist verantwortlich für hauptsächlich eine weichere Muskelspannung und auch ein verlangsamtes Lernen, wenn man so das ganze Go der Menschen anschaut. Weißt du, ich finde es so cool, mit dir zu arbeiten. Man kann nicht von dem Menschen mit Trisomie 21 sprechen, sondern diese Menschen sind genauso individuell und haben verschiedenste Ressourcen und Entwicklungsmöglichkeiten, die ihr Leben prägen. Sorry, ich wollte dich gerade reden. Wir halten Menschen mit Down-Syndrom prinzipiell für geistig behindert, was aber sachlich falsch ist. Bei weitem nicht alle von ihnen haben von der Intelligenz her eine geistige Behinderung. Du bist behindert, du kannst ja nicht alles. Du kannst ja nicht mal Klavier spielen, du kannst nicht mal Hafen spielen, du kannst gar nichts. Wieso rede ich so einen Unsinn gegen irgendein Kind, wo ein Down-Syndrom hat? Das nervt, wenn dann die anderen sagen, du kannst nicht mal richtig studieren, ja. Und nein, ich habe ganz anders das Gefühl gehabt, ich kann das. Ich habe auf der Weise gelernt, dass man mit Ruhe angeht und mit Disziplin. Es ist ein deutlicher Rückgang an Geburten bei Menschen mit Down-Syndrom zu verzeichnen. Die vorgeburtliche Diagnostik wird immer mehr von immer mehr Eltern in Anspruch genommen. Das Deutsche Down-Syndrom-Info-Center schätzt die Abbruchrate für Schwangerschaften, in denen das Down-Syndrom klar diagnostiziert wurde, auf 90 Prozent. Also wir sind dabei, über diesen Bluttest und über die Folgeuntersuchungen systematisch Risikoschwangere und denkbar ist natürlich auch irgendwann alle anderen Schwangeren, darauf zu untersuchen, ob Down-Syndrom vorliegt. Obwohl das Wissen eigentlich automatisch das Lebensrecht des Ungeborenen zur Diskussion stellt und damit auch so ein bisschen das Lebensrecht von Menschen mit Down-Syndrom überhaupt antastet. Da sind wir in einer der schwierigsten bioethischen Fragen überhaupt. Wo haben wir das Recht, Leben zu beenden, in Leben einzugreifen? Das ist, wie man an die Tür aufgeht. Für dich hat da Türen offen. Die Angst vor Kindern mit Down-Syndrom zeigt, dass wir auch in unserem Denken noch irgendwie von alten Bildern geleitet werden, von Klischees, von Vorurteilen, die uns dann Ängste schüren und dass wir der Illusion nachhängen, des Machbaren. Also wenn wir nur genug gucken, dann werden Behinderungen schon nicht vorkommen. Dass das natürlich nicht funktioniert, das ist noch nicht so ganz angekommen. Was, glaube ich, wichtig ist zu wissen, ist, dass ein Kind mit Down-Syndrom zu haben, erst mal gar nicht so stark sich unterscheidet vom Leben mit einem Kind ohne Down-Syndrom. In der allerersten Phase haben wir ein Baby, das sich verhält wie andere Babys auch. Und durch das verlangsamte Lernen, was in aller Regel vorkommt, die Kinder die Fähigkeiten, die wir so relativ flott uns einfach aneignen, einfach ein bisschen später im Leben anbringen. Aber sie können ganz vieles lernen. Sie können ja nicht nur lesen und schreiben lernen. Sie lernen auch Radfahren, Skifahren, Tanzen, artistische Sachen machen. Einigen gelingen Schulabschlüsse, einigen gelingt es auf dem ersten Arbeitsmarkt zu Fuß zu fassen, alleine zu leben später. Sachen, die man früher nicht für möglich gehalten hätte. Meine Zukunft ist, mehr Künstler zu werden. Also Havel, Klavier und Orgel und auch über Menschen mit Behinderungen zu arbeiten, zu helfen. Und studieren Französisch, Rumänisch. Ja, das soll echt cool sein, das studieren zu können. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020